Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Video von mir. In diesem Video zeige ich euch den Titan Helm, das Glashaus. Wir gehen da direkt drauf ein. Das erste ist Regenprasseln, erhöht das Nahkampfangriffstempo. Das ist immer sehr nützlich, die Fähigkeit haben viele Helme. Dann hätten wir Kerntransfer, stellt Superenergie wieder her, sobald ein Gegner mit einer Granate ausgeschaltet wird. Ist für den Titan auch sehr nützlich. Und dann in Licht getaucht. Verlängert die Dauer von Segen des Lichts und Waffe des Lichts. Segen des Lichts und Waffe des Lichts kann man als Verteidiger benutzen. Das ist von der Bubble, also von Schutz der Dämmerung, die Fähigkeit. Hier unten Segen des Lichts oder Waffe des Lichts. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch verstärken mit Erleuchtet, erhöht die Vorteile durch Segen des Lichts und Waffe des Lichts. Waffe des Lichts, die meisten kennen das, verstärkt ja den Schaden, den man mit den Waffen macht und Segen des Lichts gibt einen Bonus auf den Schild. Mit diesem Helm währt die Fähigkeit länger. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man die Bubble macht, Waffe des Lichts drauf hat und man rennt weg oder geht weiter und lässt die Bubble zurück. Wir warten jetzt mal und lassen mal die Fähigkeit ein bisschen wirken. Jetzt beginnt es zu blinken, das heisst es verschwindet jetzt dann bald und weg. Wir nehmen jetzt noch den Helm raus, nehmen da mal einen anderen Helm rein. So, und nochmal rein. Und jetzt sollte es viel weniger lang da sein. Man sieht, es beginnt bereits jetzt zu blinken und verschwindet dann auch demnächst. So, jetzt ist es schon weg. Man sieht also, die Fähigkeit vom Glashaus dauert durchaus eine bestimmte Zeit. Ist dann sinnvoll, wenn man beispielsweise sich bei Kruta im Raid aufhält. Das heisst, wenn man da den Schild macht und man weiss, ich kann nicht zurück zur Bubble und ich muss irgendwo hinrennen, brauche aber lange ein Schild, kann man das einsetzen. Es gibt natürlich stärkere Helme als den, aber wenn man ihn hat, kann man ihn auch im Raid sehr nützlich einsetzen. Da gibt es einige Situationen, in denen es für Vorteil ist, wenn man länger Waffe des Lichts drauf hat oder Siegen des Lichts. Und bei Waffe des Lichts ist es natürlich immer super, weil man kann ja viel länger außerhalb von der Bubble stehen und feuern, bevor man wieder in die Bubble rein muss und die Fähigkeit nochmal aufladen muss. Das war es auch schon von meinem kurzen Video zum Helm, das Glashaus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich freue mich über Likes. Oder abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen.